So, willkommen bei Let's Play Cry of Fear. Und, äh... Wir hatten hier, glaube ich, letztes Mal... ...ein Viech ermordet. Ich weiß jetzt nicht, wo wir langen müssen. Ja, äh, hier haben wir keine Munition mehr. Okay, wir haben keine Munition mehr. Ja, äh, geil. Keine Magazine, die hier rumliegen, irgendwie... ...Mülleimer... ...Hat hier mal Magazine weggeschmissen. Hallo! Hm? Okay, äh... Moment, hier war, glaube ich, ein Magazin, oder? Was?! Oh! Äh... Und wenn man... wenn er sich... ...ne Spritze gibt... Oh mein Gott! ... ...wahrscheinlich versucht sich umzubringen, würde ich mal behaupten. Äh... ... ist auf jeden Fall ein... ...interessantes Detail... ...ich, äh, wollte, aber... ...hinter die Gitter stellen wir da, wo das Magazin war. Das hier... ...no one Batch... ...no one Batch... ...die kriegen wir gar nicht auf. Okay, alles klar. Ja, dann müssen wir wohl auf die zwei. Ha... ...mach mir gar keinen Spaß. Und ich weiß auch durch welche Tür wir müssen. ...no... Ach! Ich habe doch die Pistole gefunden. Warum sieht es jetzt plötzlich so? Was passiert hier? Warum ist es so dunkel? ... ... ... ... ...hier hat wohl jemand Un dekreulicht! ja okay warum nicht weiß nicht ob die einrichtung so irgendwie schöner ist oder so aber wer es mag blöde kuh was ist hier ist da auch ein vieler ich habe schon diese komische musik der lässt sich erst gar nicht interagieren alles klar ich will aber eigentlich nicht munition ich will munition ich will da nicht rein hier höre ich das aber auch kann ich hier gott sei dank das macht mich glücklich ein bisschen das hatten wir schon ja gott sei dank wir sollten ein bisschen munition sparen hier kamen wir oh was 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 weg alter man hier 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 ...irgendwas, was... ...Magazin oder so noch nicht so gut ist, bitte. Ach, die Ahnung. Okay. Okay, toll. Ja, hey, ich freu mich. Warum funktioniert der Lichtschalter nicht? Was? Was? Hinzu hin? Was ist da vor mir? Wo kam das Vieh her? Warum hat sich die Tür geöffnet? Okay, wow. Toll. Äh... Das Spiel ist eine Tortur. Okay, das war... ...Floor 1, ne? Nee, ist der Ausfaltführer. Raus. Ach so, ich bin auf Scherben gelaufen, alles klar. Oh mein Gott, ja bitte. Ich bin auf Scherben gelaufen. Es ist lockt von der anderen Seite. Die Tür ist lockt. Okay. Oh, jedes Mal wenn ich über die Scherben laufe, erschrecke ich mich. Genau, hier ist das geblockte. Da müssen wir dann entlang. Schön doch wichtig zu sein, eigentlich. Die Tür ist lockt. Die Tür ist lockt. Die Tür ist lockt von der anderen Seite. Jetzt bin ich ein wenig klar zu blöd. Das ist ein wenig klar zu blöd. Kann ich auf dem Elevator gehen? Das muss bei mir liegen stehen. Ich muss da etwas eingeklafen. Ich werde hier etwas finden. Ich bin ein wenig verwirrt. gerade Totally blocked I can't open it Okay Was ist denn das Schatz 2? Für irgendwo auch nichts mehr Ich glaube ich habe irgendetwas übersehen Hier waren wir schon Ja von hier kamen wir sogar War hier noch irgendetwas? Ach Ah ne Moment das hatten wir auch schon Genau hier war nämlich Hier war der Raum mit den Bildern drin und so Was? Was? Warum jetzt? Was soll das? Okay Ich will eigentlich gar nicht wissen Was in diesem Mülltypen drin ist Aber hier ist sonst nichts Und zappen jetzt da das Wie plötzlich auf Kann ich Kann man Videotapes auf das? Wie irgendwo Tapes? Hey! Head & Shoulders Was? Ich kenne jetzt wenige Menschen die keine Schultern haben Fuck die Fuck die Scania Ist sonst nichts Irgendwas Irgendwas voll fett übersehen Aber ich kann nicht sagen was Sind hier Videotapes irgendwo? So So und Batsch So und Batsch So und Batsch So und Batsch Achso ja hier ist ja Die alte rausgestimmt bekommen Und hier kamen wir Genau hier ist neue Hinweinrichtung und so Hier ist das Büro Hier ist das Büro Hier ist das Büro Ich kann es nicht sagen Gehen wir mal zurück Irgendwo muss hier was sein Hier sind Gitter Müssen wir nochmal nach oben glaube ich Das ist totally blockt Hier ist der Steckende Blieben So den Elevator Code Ich hab keine Ahnung Ich mach da nicht die Taschen ab aus Ich bin noch nicht doof Ähm Ah Notes Das sind die Dinger Das sind die Dinger Das sind die Notizen Sonne der vierten Achso ja Down Batsch Sind ja auf der höchsten Etage Das hier ist alles blockiert Was Hier waren wir ja auch schon immer Dass wir ein Magazin noch gefunden haben Hier ist sonst auch nichts Okay Irgendwas 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 voll übersehen Irgendwas Aber ich weiß nicht was Was Ich bin noch mal ganz Irgendwas Gibt es nämlich auch nichts Hier Gibt es nämlich auch nichts Gibt es nämlich auch nichts Gibt es jetzt einfach nur doof Oder was Gibt es jetzt einfach nur doof Gibt es denn Basement Key Oh Ah ok Ich bin wirklich doof Das andere Basement Das Basement Die hier war nämlich verschlossen Dann benutzen wir jetzt mal den hier Magazin Okay Okay Äh Äh Was Was Muss nachladen Was 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 Okay Alles klar Ähm 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 Achso ich kann nicht nachladen wenn ich das Hänge in der Hand habe Das war es wir hatten noch Ähm 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 Munition Okay jetzt das hier machen So dann usern wir den Key Und dann schießen wir der alten voll in die Fresse Würde ich behaupten Ich bin doof Ich bin doof Wirklich jetzt Ich bin doof Ich bin doof Wirklich jetzt Und dann No So nochmal So nochmal So nochmal Tschüss Nein ich hab nachgeladen Nein ich hab nachgeladen Ich Ich hasse das Ich bin doof 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 Dann Ich bin doof Alter, was? Mann, ey, das geht mir jetzt richtig auf den Sack, weil man kann auch nichts machen. Das ist ja schlimm. Okay, versuchen wir es in der nächsten Folge weiter. Tschüssi.